Beim Kreuzprodukt werden zwei Vektoren a und b in der Art miteinander multipliziert, dass am Ende wieder ein Vektor entsteht, der sogenannte normalen Vektor n. Normal ist an diesem aber nur seine Richtung. Man erzeugt nämlich einen Vektor, der sowohl senkrecht zu Vektor a als auch senkrecht zu Vektor b ist, also normal zu beiden. Aber neben dieser wichtigen Eigenschaft gibt es noch eine weitere, die du im Zusammenhang mit dem normalen Vektor unbedingt verstehen musst. Ein überraschender Zusammenhang zu einer geometrischen Figur. Und welche das ist, wie man darauf kommt, das zeige ich dir alles in diesem Video. Starten wir wie üblich mit zwei Vektoren der Länge 1, den sogenannten Einheitsvektoren a und b, und ihrem zugehörigen normalen Vektor n. In welche Richtung der normalen Vektor zeigt, das haben wir uns im letzten Video angeschaut. Offensichtlich spielt für seine Länge aber auch der Winkel phi zwischen beiden Vektoren a und b eine entscheidende Rolle. An der Stelle fragst du dich jetzt wahrscheinlich zurecht. Sowas ähnliches hatten wir doch schon beim Skalarprodukt von Vektoren. Zumindest hatten wir für diese Vektormultiplikation auch eine Winkelabhängigkeit gefunden. Wie wir hoffentlich in einer Minute sehen werden, ist die Winkelabhängigkeit des Kreuzproduktes erstaunlich ähnlich. Sie unterscheidet sich nämlich nur in dem Term hier hinten. Beginnen wir bei einem Winkel von 30 Grad, so dass der normalen Vektor eine Länge von genau 0,5 Längeneinheiten besitzt. Zumindest rechnet das der Computer so aus. Lässt du den gelben Vektor b nun rotieren, so lässt sich die Länge des blauen normalen Vektors in Abhängigkeit vom Winkel phi sehr gut abtragen. Und ja, das ist wieder so ein charakteristischer Graph. Dieses Mal jedoch nicht die Cosinus-Funktion, sondern die Sinus-Funktion. Für Einheitsvektoren ist die Länge des normalen Vektors also durch den Sinus des eingeschlossenen Winkels gegeben. Sobald die Vektoren a und b jedoch nicht mehr die Länge 1 besitzen, kommen ihre Längen als Faktoren noch dazu. Schauen wir uns gleich genauer an. Aber Achtung, so wie es jetzt dasteht, macht es wirklich überhaupt keinen Sinn. Links steht nämlich ein Vektor, der normalen Vektor, rechts hingegen eine reelle Zahl. Nicht der normalen Vektor entspricht diesem Sinus-Term, sondern, so wie ich es die ganze Zeit bereits gesagt habe, die Länge des normalen Vektors lässt sich durch diesen Term berechnen. Für Einheitsvektoren variiert die Länge des normalen Vektors demnach zwischen den Werten plus 1 und minus 1, wobei das Minuszeichen für die Richtung gedeutet werden muss. Für Vektoren, die nicht die Länge 1 besitzen, können dann alle möglichen Werte rauskommen. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht interpretieren können. Dass der Sinus hier bei der Rotation des gelben Einheitsvektors b entstanden ist, naja, Sinus und Kreisbewegung, da gibt's doch auf jeden Fall eine Verbindung. Ist also nicht verwunderlich. Aber hatten Sinus und Cosinus nicht auch immer etwas mit rechtwinkligen Dreiecken zu tun? Diese klassischen Definitionen mit Verhältnissen aus Katheten und der Hypotenuse? Wir müssen uns nur ein rechtwinkliges Dreieck suchen, welches den eingeschlossenen Winkel zwischen beiden Vektoren beinhaltet. Zum Beispiel dieses hier. Mit der blauen Gegenkathete zum Winkel Phi ist per Definition der Sinus das Verhältnis aus der Gegenkathete und der Hypotenuse, der Länge des gelben Vektors. Umgestellt nach der Gegenkathete, also Länge von Vektor b mal dem Sinus des eingeschlossenen Winkels. Ein Term, den wir auch in der Gleichung hier oben links finden. Im Prinzip multiplizierst du damit die Länge des roten Vektors mit der Länge der blauen Senkrechten. Du erhältst ein Rechteck und der Flächeninhalt dieses Rechtecks entspricht dem Betrag des Kreuzproduktes aus a und b, entspricht der Länge des normalen Vektors. Aber hey, es geht sogar noch besser. Wenn du vom Rechteck dieses kleine Dreieck hier abschneidest und ans andere Ende verschiebst, dann wird aus dem Rechteck plötzlich ein Parallelogramm. Und ich mein, das ist ja wohl der Oberknaller oder was? Die Länge des normalen Vektors? Der, der sowohl senkrecht auf Vektor a als auch auf Vektor b steht. Dessen Länge entspricht dem Flächeninhalt des von den Vektoren a und b aufgespannten Parallelogramms. Oh Mann, Mathe kann so schön sein. Das eröffnet dann natürlich ganz neue Möglichkeiten zur Flächenberechnung in der analytischen Geometrie. Zwei Vektoren a und b spannen nämlich immer ein Parallelogramm auf. Du berechnest den normalen Vektor über das Kreuzprodukt und ermittelst dessen Betrag, also seine Länge. Boom zack und schon hast du den Flächeninhalt des Parallelogramms. Mit dieser neuen Eigenschaft des normalen Vektors kann man sich sogar ein paar Rechengesetze für das Kreuzprodukt geometrisch herleiten. Nimmst du dir beispielsweise diese beiden Vektoren hier, dann hat das von beiden Vektoren aufgespannte Parallelogramm den Flächeninhalt 3. Bildest du stattdessen das Kreuzprodukt von a und dem Dreifachen von b, so macht es doch geometrisch nur Sinn, dass der Flächenhalt des gesamten Parallelogramms am Ende dreimal so groß ist wie das ursprüngliche, oder? Hier also genau 9. Gleiches gilt, wenn du das Dreifache von a und den einfachen Vektor b nimmst. Die Parallelogramme werden nur anders verschoben, anders aneinander gefügt, ergeben insgesamt aber immer noch eine Fläche von 9 Einheiten. Schauen wir uns das ganze zum Abschluss nochmal an Einheitsvektoren im dreidimensionalen Raum an. Auch hier wird wieder ein Parallelogramm aufgespannt, dessen Flächeninhalt genau der Länge des normalen Vektors entspricht und wie am Anfang des Videos bei 0,5 liegt. Wenn die beiden Vektoren a und b dann senkrecht zueinander stehen, werden die Länge des normalen Vektors und damit auch die Fläche des Parallelogramms maximal. Das Parallelogramm wird zum Quadrat mit Seitenlänge 1 und auch Flächeninhalt 1. Sind die Vektoren a und b Vielfache voneinander, hier im konkreten Gegenvektoren, so wird der normalen Vektor zum Nullvektor mit Länge 0. Und nur zur Info, der Nullvektor steht per Definition auf allen Vektoren senkrecht. Auf der anderen Seite geht's dann genauso weiter. Der normalen Vektor zeigt zwar jetzt nach unten, kannst du ja auch gerne nochmal mit der rechten Handregel austesten. Die Länge allerdings ist unabhängig von der Richtung stets positiv. Genauso wie der Flächeninhalt des Parallelogramms. Du kannst dir diese wunderbare Animation noch einen kleinen Moment anschauen. Ich sage schon mal tschüss und bis zum nächsten Video, dem Kreuzprodukt in 2 Dimensionen. Wird irgendwie auch viel zu selten drüber gesprochen. Bis zum nächsten Mal.